Patientenakte. Digital oder analog? Digital, aber es gibt noch viele Fragen zu klären. Bibliothek. E-Book oder Print? Print. Realistin oder Idealistin? Realistin. Lieber Regieren oder Opposition? Erst einmal noch Opposition. Strom, Atom oder Windkraft? Atom und zur Ergänzung Windkraft. Erfolgreiches Leben, Ausbildung oder Studium? Sowohl als auch. JetGPT und KI. Flug oder See? Beides. Tempel. Ja oder nein? Nein. Morgen. Café oder Tee? Café. Meißen oder Berlin? Meißen natürlich. Reichstagskantine oder Imbissbude? Imbissbude. In der Freizeit. Im Garten oder auf Reisen? Im Garten.